Ich bin das Gesicht von Kastelhoff Optik und ich bin seit sechs Jahren mit Oskar Kastelhoff, dem leitenden Geschäftsführer von Kastelhoff Optik, glücklich verheiratet. In letzter Zeit konzentriere ich mich mehr auf die Aufgaben an der Seite meines Mannes, repräsentative Tätigkeiten Ich bin eine starke, erfolgreiche Frau. Übrigens haben wir uns kennengelernt, als ich gerade das Gesicht von Kastelhoff Optik wurde. Gott, ist das schon so lange her? Ich meine, schließlich muss ich alle juristischen Belange der Firma mit meinem Mann besprechen. Das ist kein Problem für mich. Das ist übrigens auch eine Entwicklung, die mir wirklich Sorgen macht. Liebe Mädels, ein Tipp von mir als Profi, Ernährung ist das A und O, wirklich. Das habe ich von Giovanni Im Gegensatz dazu hatte er ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinlaufen soll. Ja, natürlich haben wir über Kinder nachgedacht. Aber das ist eine Entscheidung, die muss meine Frau ganz bewusst treffen, finde ich. Ich bin sehr, 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 ich